Ne, 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 es ist nicht. Oh, das ist aber hübsch. Okay, Runde zwei. Denk dran in der Mitte und so, ne? Wo ist Posse, wo ist Posse, wo ist Posse, wo ist Posse? Gip, glip, 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 glip. Okay, da spawnt. Und wo ist unser... Haben wir wieder ein E... Geh weg. Guck gerade. Bett ist, glaube ich, oben im Haus, glaube ich. Wo ist denn der Esel? Hier ist der Esel. Ich mag nicht ganz Kolon... Wir sind grün übrigens. Sieht man noch an den Blöcken. Finde ich eigentlich ganz gut. Da drüben ist wahrscheinlich Eisen, Peter. Das siehst du auch an der Rüstung, Peter. Ich seh dich, ich seh dich. Hast du jetzt ausgemacht deinen Hacks? Ja genau, meine Hacks von letzter runter haben wir jetzt mal ausgemacht. Na gut. Hol doch mal Zeit, ey. Oh, hier ist schon ein Gold. Ich sammle das Gold und dann kaufe ich euch einen Bogen. Mutti ist halt großzügig. Ja, du kannst auch ein paar Klötze schon mal holen. Hast du Klötze? Äh, nee, ich hol welche. Brauchst du welche? Ja, Klötze wär gut. Gib mir Klötze. Ich hab drei Eisen. Dann hol ich ja noch ein paar Schuhe so. Da. Nimm. 40 Klötze, alter. Hallo. Waffen und Rüstung und so bereit machen. Also ihr beide. Dann geh ich mal in die Mitte mit dem Kram. Ja. Und das erste Mal, wenn man halt mit dem Gold holt, versuchen wir jetzt mal so eine Endertruhe. Endertruhe. Und? Hm. Hast du jetzt selber auch welche gekauft, Heiko? Rüstung? Äh, ja. Okay. Leute, ich hab 40 Blöcke gehabt. Die reichen nicht für die Mitte? Äh. Das war der Esel, das war ich nicht. Passiert, wir wollen mal weg. Ich brauch noch Klötze. Maiko, hast du Gold? Äh. Ich glaub, ich flieg gleich wieder raus. Oh Gott. Hast du Gold nicht? Äh, nee, hab ich nicht. Achso, weil ich hab zwei. Wenn wir noch einen haben, dann können wir ein Set kaufen. Guck mal hier, äh, äh, Peter. Ich hab nix mehr zu essen. Ich hab Mut für dich und ne Brust für dich. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und go. Hast du denkst gekocht? Ich war 10 Stunden arbeiten. Ich hab voll Hunger, ich kann leider nicht mehr rennen. Ja, hab ich doch. Oh, komm Heiko. Äh. Wir müssen die Mitte taken, da rennt schon einer zurück mit Gold. Nein. Komm, wir müssen den Netaster sketten. Sketten? Skettens. Oh, bist die Blöcke im Placen, Peter? Ich bin immer so behindert an, ne? Komm, Heiko, ich bin drüben. Ich, ich muss deffen, ich muss deffen. Und ich muss auf Gold warten. Genau, wir holen jetzt Gold. Den Netaster wär ganz cool. Oh, oh. Heiko, hast du Brot mit? Hallo. Heiko hat gar nix mit. Schweinefleisch, äh, Hühne, ähm, ne? Rindersteak. Oh ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also einen Netaster hab ich. Oh, da ist Gold. Gold. Aber wir können so ne Kiste kaufen. Soll ich ne Kiste? Ja, so ne, so ne, so ne lila ne Kiste wär ganz cool. Ne Enderkiste? Ja, genau. Oh, da kommt ein gelber an, Heiko. Mach ich kaputt, Junge. Kenn ich nix? Ach, ey. Wo soll ich die hinstellen? Äh, ruhig hier unten rein, in, in unserer, in unserer Bauhausung. Ja, schon die Placer make'n grade, ne? Wie viel Gold hast du, Heiko? Sechs Stück an Herren. Okay, ich hab zwei. Lass da zurückgehen und ausrüsten. Oh mein Gott. Ich komm nach Hause. Okay, ich bin gut. Ja, ich hab auch noch ein Gold. Und ne, ich hab zwei Ender, ich hab noch ne Endertruhe. Aber ich glaub, eine reicht ja wahrscheinlich erstmal. Okay. Hast du noch eine gekauft? Dann gib mir die bitte mit. Äh. Dann würd ich die gleich mal nehmen. Achtet, kann sein, dass gerade einer kommt. Und? Hab ich nicht gelaufen? Ah, hier oben? Hab ich hier hinge... Achso. Soll ich sie bringen? Ne, warte. Ich komm wieder runter. Okay. Ich hab noch ein Gold. Brauchst du noch ein Gold? Ne, da liegt eins. Ja, dann... In der Truhe. Sammle ich wieder drei und dann kauf ich euch einen Bogen und einen Pfeil. Ja, Pfeil, das wär sehr, sehr geil. Ja, einen brauch ich noch, weil ich die Kisten gekauft hab. Oh, warte mal. Ich hab zwei Gold. Ah ja, warte. Dann hier. Haben wir jetzt eigentlich schon so coole Kisten? Ja, wir können jetzt in der Mitte die Kiste setzen. Dann müsste Ivy nachher die Sache mal rausnehmen. Was muss ich rausnehmen? Achso. Ne, Rot ist gleich down. Rot baut sich zu überall. Das gibt's doch nicht, ey. Ich hasse immer ne Sprinttaste. Bin gerade mit 30 Eisen im Inventar runtergefallen. Really? Okay, Blau ist gerade in der Mitte, gerade am Dominieren. Domination. Hab ich hier nicht getroffen, wenn ich vor Apple und so. Oh Mist, oh Mist, oh Mist, nicht mit meiner Endertruhe. Nein, Peter, platzi die doch noch schnell. Dann können die anderen ja auch benutzen. Ich hab kein Schwert mit, leider. Kein Holzschwert? Ja, die können sie später auch benutzen. Ist doch egal, ob dir jetzt passiert ist. Ich habe Angst. Oh mein Gott, die läuft zurück. Dann komm mal schnell lieber. Komm schnell, komm schnell. Oder brauchst du mein Schwert? Auch Schwert wäre eigentlich ganz nice gleich, hier zumindest. Welche Schwertsorte haben wir? Ja, leider nur Holzschwert. Geh mal hin. Heiko, Nähtaster ist drin. Wo? In der Ton? Ja, also Ivy könnte es hergehen und den Nähtaster rausnehmen und aufs Bett gleich klicken. Wo ist der? Oder der Nächste, der zu Hause ist. Ja, okay. Okay. Da ist jetzt auch noch 5 Gold drin. Schön. Also rüstet euch mal ruhig aus so, Leute. Kann ich einen Bogen? Kann ich? Ja, nimm dir einen Bogen. Können die. Und ich warte mal hier unten und dann gehe ich hoch, sobald kurz bevor es ausläuft. Wo ist denn die Truhe? Hier. Wenn du reinkommst nimmst. Im Haus. Okay. Das ist echt geil. Mit den Truhen ist cool, ne? Eigentlich. So. Jetzt haben wir 7 Gold. Und blau kommt. Das ist ganz oben? Das Bett ist richtig weit oben. Was ist das? Soll ich doch schon mal hochgehen vielleicht? Kein Wunder. Ist das da an. Nachher hapert. Muss ich dann einfach nur mit rechts klicken, wenn ich den Nähters da in der Hand habe draufklicken? Ja, genau. Das ist eine ausgezeichnet. Und dann kommen wir in die Mitte. Hast du das schon gemacht, Heiko, gerade? Ja. Achso. Ich wollte warten, bis der Timer runtergelaufen ist. Dann ist es spät. Nein, nicht ganz runtergelaufen ist, aber verstehst du? Achso. Ja, aber wir können aufladen. Also wir haben jetzt auch wieder 6 Gold in der Kiste übrigens. Ich werfe da mal ein Schwert für dich rein, Peter, falls du eins brauchst. Äh, was zu essen? Pack mal Essen rein. Ja. Wir haben aber schon... Oh ne, nicht alles. Koordiniert gerade. Ja, ich muss nur gucken, dass ich hier alle behalte. Wo bist du denn gerade in der Mitte? Wo bist du denn gerade in der Mitte? Ich bin die ganze Zeit in der Mitte. Haben wir noch ein Netherstar in... Aber jetzt haben wir gerade zwei blaue. Oh ja. Ach, wir haben noch. Okay, gut. Ich sehe gerade, die kommen hier angerannt. Also die brauchen jetzt auf jeden Fall den Netherstar hier aus der Mitte. Versuch die auch mal runterzuschießen. Ich bin oben am Bett. Also keine Sorge. Leider nix zu essen. Keine Sorge, ich bin im Bett. Sehr gut. Wir müssen nur gucken, dass hier keiner kommt. Das wird glaube ich schwer für die. Ja komm, jetzt fütter ich das Bett mal. Den einen habe ich. So. Grün hat sich eine Minute erspielt. Oh, pass auf, pass auf. Echt? Ja. Gold ist drin, Netherstar ist drin. Wir haben jetzt drei Netherstars. Okay. Dann nehme ich immer schon einen raus. Was? Ich glaube, so gut warst du noch nie im Bett, was wie heute, Peter. Oh ne, ich glaube nicht. Ich auch nicht. Der Blau baut sich gerade ganz schön krass zu. Ist da Essen in der Truhe? In welcher denn? Ah ja, in der Nethertruhe. Sehr gut. Oh, ein bisschen mehr. Ich glaube, jetzt kommt keiner von hinten an und haut mich. Hallo. Hallo. Guck mal, wie die sich da einbauen, die. Kann man sich da noch mit... Nein, Gelber von hinten. Oh, nein. Ach, Peter. Okay. Haben wir Items? Ach so. Ja, Rüstung ist da drin. Was brauchst du denn noch? Warte mal, ein Schwert noch da rein. Warte, Rüstung, Schwert, ein Bogen. Und da, Heiko, renn mal bitte in die Mitte. Und Ivy, kannst du die Sachen wieder oben drauf stacken? Ich gehe jetzt erstmal wieder das Bett aufladen. Ja, meine ich, genau. Das wäre super. Das meinst du. Bin auf dem Weg. Okay, Heiko, hol sie dir. Ich bin wie ein Baba ausgerüstet. Abfall nicht runter. Wir müssen die Mitte halten. Unbedingt. Kein Peter-Muchmann. Ihr müsst blau aufhalten, vielleicht damit die ihr Bett nicht wieder aufladen können. Stimmt. Wenn das Bett kaputt ist, dann haben wir gute Chancen. Sehr gut. Jeder hat so seine Aufgaben an. Ja. Ich habe natürlich die krasseste. Ich kann kurz betonen. Ach du, ein Blau kommt gerade? So gut. Die wollen jetzt alles, glaube ich, auf den Nähtaster setzen. Den hab ich. Und dann bitte, treff mich nicht, treff mich nicht. Oh. Hä? Hä? 13 Sekunden bei Blau. Ich bin gespannt. Ach gut. Gut. Scheiße. Aha. Wie viele haben die denn noch? Ja, das ist ein Blauer, das ist ein Blauer dabei. Ja, stimmt. Warte, warte drei Sekunden noch, dann ist der tot. Yeah. Geil. Pass auf, Ivy, ein Blauer kommt. Ich muss hoch das Bett, äh, zu bauen. Äh, nicht zu bauen. Aufladen. Ja. Okay. Oder kommt ein... Oh, boah, boah. Erschreck mich doch mal. Ich habe keine Spitzer geladen. Hast du eine? Oder kannst du eine kaufen, Ivy, und da reinlegen? Ja. Ich glaube, ich gucke mal, was braucht man dafür? Gold oder Eisen? Ähm, ich gucke mal kurz, äh, eine ganz normale. Ja. Holz geht ja auch, oder? Ja. Und ich habe mal so ein bisschen nach Blau rüber. An der Hand. Ähm, so. Zwei Holz habe ich reingetan. Zwei Holzspitze. Ich kann auch Gold bessere kaufen. Ich nehme es mal kurz raus. Bist du bei Blau, Peter? Ja, da rüstet sich gerade ein bisschen Hardcore aus. Also besser aus, zumindest. Braucht ihr noch was? Äh, ich weiß nicht. Diamantspizzacke vielleicht? Ich kann mal Peter helfen. Okay, Blau ist weg. Ah, cool. Hallo. Alles clean. Oh mein Gott. Wie vielleicht Eisen? Dann kannst du mal eine coole Brust holen. Das wäre gut. Aber die Taktik mit der, mit der Truhe in der Mitte ist echt cool. Also, es ist auch gut, dass man halt... Oh, Mist. Ähm, das Bett muss aufgeladen werden. Ja, ja, ich bin dabei. Oh mein Gott. Ja, da sind glaube ich fünf Stars oder so in der Mitte drin. Genau, packen alle drauf. Nur ist so dunkel, ich sehe mit meinem Shader dann nichts mehr. Oh, das ist knapp. Ach ja, Ivy spielt mit einem Shader PvP. Okay. Nicht gut? Äh, doch. Toll. Peter. Ja. Bitzhacke. Wir haben fünf. Brauchen wir die? Ja klar. Aber kommen wir mit nach Rot drüber, die müssen jetzt eigentlich auch mittlerweile... Lol, Rot müsste bei uns drin sein. Guck dir mal an, was die für den Weg gebaut haben. Was soll man denn... Oh stimmt, die bauen... Pass auf, ich komme mal zurück. Die bauen sich gerade den... Siehste, Peter? Ja. Oh, hier liegt ganz viel Zeug. Ist ein roter bei uns. Echt? Ist der schon hier irgendwo? Also unbedingt ein Bett aufladen. 1,1 Minuten. Wir sind über dir auf dem Baum. Ja, ja. Sonst baue ich schnell die Tür zu, dann brauchen sie kurz ein bisschen, oder? Ja, ich kann eh kaputt hauen, also... Ich bin wieder auf dem Weg zum Bett. Ach, sind die überall? Genau, machen wir da voll. Ja, die sind in dem Baum da oben drin. Die warten jetzt die paar Sekunden, ne, dass die uns klatschen können. Ja, die paar Sekunden, wir haben ja 20 Nieder-Stars hier drin. Viele doch nicht. Im Stück sind in der Kiste. Soll ich die mal alle mitnehmen und mich oben zubauen? Vielleicht am Bett? Warte, ich hol die mal weg. 5 Minuten gibt uns das dazu, ne? Warte, ich kann aber noch eine Spitzhacke, damit ich nachher wieder rauskomme. Oh, da hat er einen Bogen. Ich bin jetzt hinter den, Heiko. Okay. Einen hab ich runtergehauen. Ja, der ist ganz runter. Der andere auch, cool. BAM! Der wird noch ein gelber. Okay, mein Gott. Bei mir steigt auch die Spannung. Haben wir einen Nieder-Stars an der Kiste? Wir haben nur noch 1,2 Minuten. Ich hab 5 in der Hand. Ich bin jetzt hier oben gleich geblieben. Oh, okay. Mich macht er immer so nervös, wenn man so die Zeit sieht. Ich weiß gar nicht, wird die immer kürzer, ne? Warte, ich lad noch mal ein paar auf. Jetzt haben wir wieder 3 da drin, ein paar Gold. Oh. 25 Minuten. Alter, schau mal. Na gut, 45 Minuten. Oh, lol, okay. Jetzt bin ich entspannt. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass man die alle gleichzeitig draufhauen kann. Also jetzt haben wir, glaub ich... Nee, warte, warte noch, Peter. Warte noch. Der beschützt mich. Lass dich töten. Gib ihm, gib ihm das Gefühl. Warte, ich hol ihn jetzt. Nein, nicht, bitte! Oh! Okay, ich fall runter. Ich fall jetzt extra mal runter. Okay, cool, cool, cool. Okay, fallen wir mal runter, damit er sich freut, quasi. Was kann man sich denn noch Cooles kaufen für Gold? Gar nichts, irgendwie, ne? Du hast ja das ganze Gold genommen, du Schmacko! Oh, ne? Geht's nicht leichtsinnig werden, ne, Jungs? Ja, okay, das hast du. Geht's. Konzentration. Gleich kommt einer und haut uns kaputt, oder so. Ist der Gelbe denn bei Gelb? Ja, der ist drüben. Cool. Gibt's Sonder-Items noch nicht, ne? Doch, bei der Kiste. Really? Bin ich erlaubt, ihn zu töten? Natürlich, töte ihn, wenn du magst. Hast du eine Enderperle geholt? Oh, und wie ich eine Enderperle geholt hab? Was? Der hat mich getötet! Nein! Mit einem Steinschwert und ich hatte einen Eisenschwert und Eisenrüstung. Ja. Hast du schon mega Schaden bekommen. Warte, gib jetzt mal zwölf Gold aus für so ne Perle. Der töte uns noch, Peter, pass auf. Hä? Schießt der bis hier hin? Ja. Der ist jetzt in der Mitte gerade. Der ist jetzt in der Mitte, ne? Ich baue mal hier nen Schutz auf. Teller oder Fans wieder, ey, oder Scheiß? Hast du gesehen, was ich gemacht hab? Nee, ich lach nur so. Ich hab die Enderperle benutzt. Jetzt hat man das ganze Gold verballert, haben gar nichts mehr im Direkt. Und sitzen noch riesig und gucken. Nicht wirklich. Nee, wir müssen jetzt holen. Also wir haben noch vier Minuten Bett und dann noch drei Netherstars. Ja, lol. Dann haben wir auf jeden Fall genug Bett, aber ich fand das ein bisschen blöd, dass die Enderperle so da auf dem Boden geschnitten hat. Jetzt mach den fertig, komm! Der läuft gerade hier rüber. Seht er den? Ja. Ach guck mal, jetzt gibt's alles. Ja, jetzt kommt! Macht fertig! Oh Mann! So, ihr habt 25 Punkte bekommen. Sehr gut! Tschüssi! Ok, mit der Enderperle war ein bisschen doof, weil ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat... Guck bei Ivy vorbei... Oh guck mal, ist das jetzt auch YouTuber Status? Ich glaub, das war bei unserem Team. Ja doch, sind wir cool! Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.